Guido Maria Kretschmer durchlebt gerade eine schwere Zeit. Sein geliebter Papa Erich verstarb in der vergangenen Woche. Der beliebte Designer teilte diesen Verlust nun auf Social Media mit einem seltenen privaten Foto, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigt. Er findet berührende Worte, um seinen Verlust auszudrücken. In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. Alles was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa. Der Shoppingqueen-Moderator pflegt ein enges Verhältnis zu seinem Vater. Papa Erich begleitete ihn genau wie Mama Marianne zu diversen Veranstaltungen. Dieser Verlust wird eine große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen ist.